Sportwetten Montag 17.06.2019 Tagesgewinn 166 Euro Quantenmechanik Autor Die Resultate meine Prognose für den 17. Juni 2019 liegen nunmehr vornachstehend im Detail und es wurden 166 Euro gewonnen, davon gehen natürlich 32 Euro Einsätze ab macht aber immer noch ein Nettogewinn von 130 Euro. Ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass die Prognosen immer völlig kostenlos in dem YouTube-Livestream ein Tag vorher abgegeben werden, es bleibt Ihnen überlassen ob Sie in Ihrem Wettbüro oder bei einer Lottoannahmestelle diese Welten so machen. Montag 17.06.2019 Uruguay Ecuador 14 zu 0 1 Euro 50 1 Euro 50 Haiti-Bermudas 1 2 zu 1 1 Euro 30 1 Euro 95 Costa Rica-Nicaragua 1 4 zu 0 1 Euro 15 2 Euro 24 Fasern-Corpio 1 plus 2 1 zu 2 1 Euro 80 4 Euro 4 Sabia-Sabia Austria 1 plus 2 0 zu 2 4 Euro 75 19 Euro 17 Stabak-Trumzö 1 plus 2 0.12 Euro 75 52 Euro 73 Oh grüte Geist-Göte 1 plus 2 1 zu 0 1 Euro 85 97 Euro 54 Germany Danmark 1 plus 2 3 zu 1 1 Euro 55 151 Euro 19 Nigeria France 2 0 zu 1 1 Euro 10 166 Euro 31 Schrägstrich 32 Einsätze 32 Reihen